Und es hat halt einen Sinn, wenn man dann die ganze Zeit am Knack kalt ist. Aber ja, 3000 Euro, für das du es trotzdem frierst, kann man schon mal machen, oder? Der Leute, was geht ab? Maximilian am Start. Und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, liebe Leute, wie man es draußen an den Temperaturen schon merkt, rückt der Winter immer näher. Und was braucht man im Winter? Ja, warme Bekleidung, um sich nicht so wie ich zu kalt anzuziehen und dann im Endeffekt gesundheitstechnisch nicht ganz auf dem Stand. Deswegen Freunde, Zeit für eine Winterjacke. Wer aber die passenden Hosenshirts, ja, ich habe Hosen gesagt, vielleicht kommen die schon mit der nächsten Kollektion, Hosenshirts und Hoodies braucht Freunde auf memvienna.com vorbeischauen. Hier die aktuelle Kollektion. Jetzt dauert es wirklich nur mehr vier Wochen. Ich weiß, ich sage immer einen Monat, aber jetzt dauert es nur mehr vier Wochen. Dann ist die Kollektion da. Also seid auf alle Fälle gespannt. Ich war auf Farfetch unterwegs, habe mir dort die nicesten Winterjacken herausgesucht. Das ist ein Ausschnitt aus dem Stream. Die Jacke, die es dann wurde, von der habe ich sogar noch eine günstige Alternative unter 100 Euro gefunden. Ich plane diese Woche noch ein Video zu machen mit günstigeren Jacken. Also keine Farfetch-Preise mit zweieinhalbtausend Euro, sondern günstige Alternativen von 100 bis knapp 800 Euro. Wenn ihr dieses Video wollt, dann schreibt mir das unbedingt in die Kommentare. Jetzt will ich gar nicht mehr länger quatschen. Here we go mit dem Video. Schauen wir rein bei Farfetch, Fartech für den Kenner, was wir da so haben. Wir gehen mal auf Neuzugänge, Herbst, Winter. Ich bin aber nur auf der Suche nach Jacken. Machen wir es anders. Na, na, danke. Danke, ganz lieb. Ganz lieb, danke. Gehen wir da auf Jacken. Ui, sehr rotlastig. Der Sommer 2020, äh, Winter 2020 wird rot, Leute. Der North Face, absolut lässige Jacke. Die Napsi Jacket, mega cool. Represent hat vielleicht coole Winterjacken. Wir können gerne mal bei Represent kurz reinsehen. Aber sind jetzt nicht so viele Jacken dabei, wo ich sage, ja voll, die wären was für mich, ganz ehrlich gesagt. Don't know, fühle ich jetzt nicht so. Ist zwar nice, aber das habe ich letztes Jahr getragen. Dieses Jahr ist das nichts mehr für mich. Die wäre irgendwie cool. Cool, ja, okay, aber ich mag diesen Pelzkragen auch nicht. Wir sind da bei 400 Euro. Das ist vollkommen in Ordnung, wenn man bedenkt, dass seine Jacke von Represent ist, möchte ich ganz ehrlich sagen. Und das ist einfach nicht so mein Fall. Ich habe eine, das sage ich immer wieder, ich habe zwar eine Pelzjacke, aber natürlich kein Echtpelz, weil ich das nicht mag, dass Tiere sterben müssen, nur dafür, dass man was zum Anziehen hat. Dann hat man noch die, diese cropped, auch nicht so wirklich mein Fall. Da schaue ich irgendwie aus wie so ein krupftes Handel in schwarz. Die feiere ich, ehrlich gesagt. Die finde ich cool, weil die habe ich auch, nur größer. Schon vor zwei Jahren bei Zara gekauft um 90 Euro. Das war so ein Ding, da musste ich einfach zuschlagen. Die werde ich auch dieses Jahr rocken, weil die einfach Bombe ist. Und ansonsten, ja, ich frage mich halt, sowas würde ich halt nicht tragen einfach. Das ist mir zu Jägermäßig. So in diesem Jäger-Style auf FPÖ angelehnt fühle ich mich da. Joke natürlich. Habe Spaß. Und das war es schon. Also auf Represent nicht wirklich was für mich dabei. Wenn euch was taugt, Leute, schaut vorbei. Ich finde die Preise in Ordnung. Dann schauen wir wieder zurück zu Farfetch. Ja, das alles mal, nein. Prada, so in Rot, okay. Was ich halt komplett fühle, ist die Jacke, die Ashraf als Sample geleakt hat. Das ist diese Jacke. Die fühle ich. Die fühle ich, Leute. Die finde ich sehr cool. Weil ich einfach auch vor kurzem wieder mal die Travis Scott-Doku angesehen habe. Und da trägt er so eine ähnliche. Und ich mag halt diesen Glanz-Look mit dieser Down-On-Jacke. Die fühle ich. Das ist allerdings, soweit ich weiß, nur ein Sample. Moncler, don't know. War noch nie so mein Vibe. Hat für mich immer noch dieses Bonzen-Ding. Amiri, okay, ist aber keine Winterjacke. Die fahren jetzt schon ein bisschen diese Capital-Vibes. Die dürften neu sein, ja. Neue Saison. Die übernehmen von Capital so ein bisschen diese Skeleton-mäßige. So, jetzt kommen wir der Sache schon ein bisschen näher. Neil Barrett, wie Gucci Potter sagen würde. Das ist ja so ein bisschen sein Ding. Die ist ganz cool von Marcelo Boulin. 985. Aber ich hätte gerne was Schlichteres, ehrlich gesagt. Okay, das wäre so diese Moncler-Jacke. Die fühlt ihr ja anscheinend. Ja, wie gesagt, das sind mir zu sehr diese Bonzen-Vibes. Ist ganz schön in so einem Navy-Blau. Aber nicht so wirklich mein Fall. Moschino, okay, mit 1200 Euro. Da ist mir der Zipp zu groß. Aber ich habe vorher die da gesehen. Die finde ich eigentlich ganz cool. 4-2-4-X-Wu-Ten-Clan. Ganz cool, aber die ist nicht so schlecht. Aber schauen wir mal weiter. Wie gesagt, wie schlicht, das wäre ganz nice. Da gab es ja so einen Nappa-Piri-Jacket. Die war so fett, die hat Crow getragen. Die hat mir dann kurz mal gegeben zum Anprobieren. Die fand ich nice. Habe ich aber nirgends gefunden. Letztes Jahr ein Gelb-Body. Boah, die war wild. Die war wirklich, wirklich wild. Der North Face. Der North Face kann man halt immer machen. Die Napsi-Jackets, die sind halt wirklich Bombe. Da die Balenciaga-Bestickte-Downend-Jacke. Mit so einem leichten Balenciaga-Print. Die finde ich eigentlich ganz cool. Catcht mich aber jetzt nicht tausendprozentig. Die ist mir auch viel zu kurz. Das ist mir zu sehr cropped. Aber schon mal vom Design her nice. Prada, ja, nein, auf Kellner angelehnt. Philipp Plein wahrscheinlich oder mit dem fetten Totenkopf. Prada nochmal. Die finde ich schon ein bisschen besser. Sehr schlicht, so wie ich es mir halt vorstelle. Finde ich eigentlich ganz cool, aber ich würde halt schon gerne diesen Down-Jacket-Look haben. Die ist natürlich Bombe. Also die war immer ein Grail von mir. Allein wie die Rin getragen hat in seinem Musikvideo, fand ich immer traumhaft. Würde ich mir halt jetzt nicht mehr holen. Schon gar nicht um 3000 Euro. Okay, passt. Danke. Gibt es nicht so viel irgendwie? Was ist mit der? Ja, nein, nein. Mit diesem... Oha, die goldene von Philipp Plein Wild, Leute. Wahrscheinlich, oder? Die nehmen wir. Na, oh mein Gott. Und blau, Vettmau, was? Na, ist das eine Vettmau-de-Norf-Face-Kooperation? Nein. Okay, aber da steht nur Vettmau. Haben die einfach eins zu eins die De-Norf-Face-Sachen nachgemacht? Sogar mit dem Logo? Na, oder? Haben die wirklich, interessant, Vettmau, vor kurzem erst Balenciaga in den Pranger gestellt, dass die dieses Namensschild nachgemacht haben und jetzt machen selber De-Norf-Face nach. Schauen wir weiter, was wir noch finden. Ah, der Error-Jacke. Das wäre mal interessant. Okay. Die ist nämlich schlicht. Wahrscheinlich ist das so ein bisschen, ich frage mich, ob das Reflective ist, aber die finde ich eigentlich, die hat auch einen interessanten Clip da, die finde ich eigentlich ganz nice, Leute. 679, etwas teurer als der Norface, aber Adaira ist ja nicht unbedingt die allergünstigste Marke. Die finde ich schon mal ganz cool. Lassen wir das Fenster gleich mal offen. Dann schauen wir weiter. Balenciaga. Die finde ich schon wieder cool. Die ist schlicht. Die ist fett. Was trägt das Model da? 1,87 groß und trägt Größe 48. Okay. Ja, die ist sehr fett. Die ist halt wirklich fett. Aber ich mag das bei Winterjacken, wenn die richtig fett sind. Finde ich auch ganz cool. Aber Preis ist halt wild. Knapp 2000 Euro. Schon nicht unbedingt günstig. Aha. Karl Lagerfeld. Aus dem Grab heraus noch irgend so was Silbersurfer-mäßiges gemacht. Prada. Günstiger ist die Balenciaga-Jacke. Da auch nur ganz schlicht dieses Prada-Ding mit diesem Zipp. Das fühle ich eigentlich. Ich finde die auch, wie er sie trägt, so. Also da gefällt es mir am Bild selber. Produktbild gefällt mir nicht. Aber da, wie er sie trägt, finde ich schon sehr cool. Aber was glaubst du, wie es dich sehr ärgerst, wenn du auf irgendeinem Festl bist und dann haut da wie ein Chickloch rein. Na sicher. Gut, dann schauen wir weiter. Agnes Studios. Das wäre dann das erste Ding, was ich mir von Agnes hole. Die finde ich cool. Die finde ich sehr cool. Die ist eh so ein bisschen Peso-mäßig mit diesen Taschen da vorne. Da hinten. Ja, das mag ich nicht, dass da hinten nochmal steht, das Logo von der Brand. Ich meine, Preis ist vollkommen... Ja, überlegen wir uns dann. Ich weiß übrigens noch nicht, ob ich mir heute safe eine kaufe. Das möchte ich nur sagen. Nur wenn ich die zu 100% fühle, würde ich es mal holen. Ich habe, glaube ich, die Jacke von Crow gefunden. Martin Rose X. Ja, safe. Die ist wild, Leute. Aber in gelb. Da gibt es nämlich zwei verschiedene. Eine ist eine fette Down-and-Jacke. Die schaut so ähnlich aus wie die da. Aber mit so schwarzen Elementen teilweise dabei. Die da? Nope. Das auch nicht. Wusste nicht, dass man das absippen kann. Die ist schon sehr nice. Also wie ich die bei Crow gesehen und dann selber anprobiert habe, die war Wahnsinn. Aber er hat mir dann gesagt, die hat er schon seit 2017 oder so off-white in so einem Glanzton. Fühle ich nicht wirklich. Mit Pfeilen wieder. Na sicher, wenn schon off-white, dann ballern wir hinten die Pfeile drauf. Okay. Aber die Art und Weise, wie sie es gemacht haben, finde ich schon wieder cool. Also nicht einfach sinnlos den Print drauf gehauen. Gibt es die auch in anderen Colorways? Nein. Sondern wirklich da so eingestickt. Das finde ich eigentlich ganz cool. Ihr merkt schon, ich bin so auf diesem Schwarzfilm unterwegs. Einfach was Schlichtes. Schaut fast schon ledermäßig aus. Ist das Leder da unten? Haben die dann extra nochmal die letzte Einheit in Leder gemacht? Wild. Fühle ich. Ja, 2000. Das ist immer aber zu viel. Leute, sage ich euch ganz ehrlich. 2280 Euro für eine Jacke möchte ich nicht ausgeben. Die hat einen wilden Farbton von Montclair. Die ist so reflektierend. Das fühle ich. Das fühle ich schon wieder. 1350. Aber wieder zu viele Steppeinheiten. Die finde ich, aber okay, 3000 Euro, Leute. Und es hat halt einen Sinn, wenn man dann die ganze Zeit am Knack kalt ist. Aber ja, 3000 Euro, für dass du es trotzdem frierst, kann man schon mal machen, oder? Blick dich, bequem, alles muss die sein. Was muss die noch sein? Ah, die muss warm halten. Das darf man ja nicht vergessen bei einer Jacke, Leute. CP Company. Ja, die muss halt einfach am Model auch fitten, weil sonst bin ich nicht dabei. Das wäre halt, das geht dann schon in diese Techwear-Geschichte. Hält auch irrsinnig gut warm. Also für Leon perfekt. Die schaut wild aus in so einem Paisley. Von Versace oder was? Ist das Paisley? Nein. Doch. Die ist doch nicht so schlecht. Ich weiß, die ist jetzt nicht unbedingt die schlichteste. Aber die ist nicht so schlecht. Wäre dann das erste Versace-Peace, was nicht zurückgeschickt wird. Chat, was meinst du zu dir? 713 Euro in so einer L. 9 von 10, 10 von 10. Die ist schon ganz nice, gell? 713. Vielleicht wird's die sogar, Leute. Vielleicht wird's die sogar. Die fühle ich echt. Versace, gute Arbeit geleistet. Top, dass wir noch weiter gesehen haben. Ah, okay. So auf LSD-Vibes diese Jacke noch. Leute, also ganz ehrlich, am Anfang war ich so, ja, ich weiß nicht, ob ich heute Kohle für eine Jacke ausgeben soll, aber die Versace ist Bombe. Okay, wir nehmen einfach die da, oder? Oh mein Gott. Ach, das ist ein... Nein. Das ist gar nicht so drauf, das ist einfach so ein Print. Das schaut irgendwie so aus, als wäre das so eine Miniaturjacke, die man Stuart Lidl anziehen würde. Circa so sieht diese Jacke für mich aus. 2000 Euro kann man machen, oder? Philipp Lein. Wie kann man es anders machen bei Philipp Lein? als wieder Geldnoten einfach draufprinten, oder? Finde ich aber nicht mal so schlecht. Da bricht man sogar die Stimme ab, weil ich selbst überrascht bin. Ich gebe die Sicherheitshalber mal gleich in den Warenkorb. Ey, Leute. Scheiß drauf, die Nehmer, Leute. 723 fort zur Bezahlung. Ich werde die jetzt sofort bestellen. Weiter als Gast. Scheiß drauf. Ich kann mich da jetzt nicht anmelden. Ich werde die sofort bestellen. Ich will die Jacke haben. Brauchen wir gar nicht reden. Freunde, das war die Jacke. Wie gesagt, eine günstige Alternative unter 100 Euro habe ich gefunden, wenn ich ein Video machen soll, mit günstigen Jacken unten in die Kommentare schreiben. Schaut auf Instagram vorbei, liebe Leute. Da auf jeden Fall reinfolgen. Diese Woche kommen dann noch ein paar Videos. Ich lasse mich von meinem Krankheitszustand nicht ausbremsen. Hier wird weiter gehasselt auf diesem Kanal. Ich bedanke mich jetzt schon für die guten Besserungswünsche, liebe Leute. Ich verlinke euch jetzt noch hier und hier ein weiteres Video von mir. Schreibt mir unbedingt in die Kommentare, welche Jacke ihr euch geholt hättet. Wenn Geld keine Rolle spielt, würde mich auf alle Fälle interessieren. Das war's von mir. Euer Maximilian. Guten Besserung. Danke, Mann.